Kommen zurück, um die Begriffsabgrenzung als Mindmap zu kompletieren, bleibt noch übrig die Abgrenzung der Begriffe Einzahlung und Einnahme. Wir brauchen ein bisschen Vorbereitung. Wir brauchen den Begriff Zahlungsmittelbestand. Der Zahlungsmittelbestand besteht aus Bank und Kasse und die entsprechenden Flussgrößen, die den Zahlungsmittelbestand beeinflussen, positiv wie negativ, heißen Einzahlungen, positive Beeinflussung des Zahlungsmittelbestands und Auszahlungen negative Beeinflussung des Zahlungsmittelbestands. Das heißt, bei Einzahlungen wird der Zahlungsmittelbestand größer, bei Auszahlungen wird der Zahlungsmittelbestand geringer. So, der Begriff Einzahlung findet sich also hier wieder. Eine Einzahlung vergrößert den Zahlungsmittelbestand. Wir haben schon an anderer Stelle gesehen, dass das nicht unbedingt immer auch ein Ertrag ist, aber hier geht es ja um die Abgrenzung Einzahlung und Einnahme. Und dafür brauchen wir eine weitere Größe, nämlich das Geldvermögen. Das Geldvermögen ist gleich Zahlungsmittelbestand. Der Zahlungsmittelbestand ist also eine Teilmenge vom Geldvermögen plus Forderungen minus Verbindlichkeiten. Ich kürze das hier ab, plus Forderungen minus Verbindlichkeiten. Das ist das Geldvermögen. Zahlungsmittelbestand plus Forderungen minus Verbindlichkeiten. Und das Geldvermögen kennt folgende Flussgrößen. Die Flussgrößen, die das Geldvermögen beeinflussen, heißen Einnahmen und Ausgaben. Eine Einnahme ist also eine positive Veränderung des Geldvermögens. Und das kann, wenn es nicht gleichzeitig eine Einzahlung ist, nur passieren über diesen Posten hier, nämlich die Forderung. Und genau darum geht es auch. Wenn wir eine Forderung verbuchen, dann haben wir eine Einnahme, aber noch keine Einzahlung. Also, Beispiel. Das Beispiel ist der Verkauf. Wir verkaufen auf Ziel. Es gibt ja Geschäfte, wo man ganz automatisch Bargeschäfte tätigt. Zum Beispiel der Eisverkaufer an der Straße, der würde nicht auf Ziel verkaufen, sondern da geht es ein Hörnchen mit Eis gegen Bargeld. Aber wenn wir jetzt im B2B, also Business-to-Business-Bereich sind, da ist Verkauf auf Ziel, also Verkauf gegen Rechnung mit einem Zahlungsziel, absolut üblich. Und wenn wir etwas verkaufen auf Ziel, dann haben wir in dem Moment eine Einnahme und einen Ertrag, aber noch keine Einzahlung. Ich sage es nochmal. Wenn wir etwas auf Ziel verkaufen, haben wir in dem Moment eine Einnahme und auch einen Ertrag, aber noch keine Einzahlung. Also Verkauf auf Ziel entspricht oder ist gleich Einnahme noch nicht Einzahlung. Ich kürze es ein bisschen ab, damit wir nicht so weit nach links hier geraten. Eine Einnahme, die noch nicht Einzahlung ist. Das heißt, auch hier wieder ist der Unterschied zwischen Einnahme und Einzahlung die Zeit. Der Unterschied zwischen den beiden Begriffen ist die Zeit. Eine Einnahme wird denn, wenn der Kunde bezahlt, zur Einzahlung. Wir buchen also, wenn wir auf Ziel verkaufen, buchen wir per Forderung an Umsatzerlöse und an Umsatzsteuer. Wenn wir die Umsatzsteuer jetzt mal im Moment weglassen, lautet der erste Buchungssatz. Wenn wir verkaufen, der erste Buchungssatz lautet per Forderung, ich kürze es wieder ab, an UE, an Umsatzerlöse. Per Forderung an Umsatzerlöse. Das ist der erste Buchungssatz und das ist genau die Einnahme. Noch einmal streng genommen per Forderung an Umsatzerlöse und an Umsatzsteuer. In Form der Umsatzerlöse haben wir einen Ertrag. In Form des Gesamten haben wir eine Einnahme. Das ist wieder der Unterschied, aber dazu habe ich eine andere Mindmap gemacht. Das lassen wir jetzt hier mal so stehen. Der zweite Buchungssatz ist dann sozusagen der erlösende Buchungssatz. Der erlösende Vorgang, der da lautet per Bank oder per Kasse, wenn der Kunde bar bezahlt, an Forderung. Und das ist die Einzahlung. So, damit haben wir es nochmal geklärt und wir haben auch gesehen, der Unterschied ist genau dieser Zeitraum zwischen dem ersten Buchungssatz und dem zweiten Buchungssatz. Da ist der Unterschied zwischen Einnahme und Einzahlung. Das Ganze wird zur Einnahme, wenn wir auf Ziel verkaufen. Wir buchen per Forderung und wenn der Kunde dann die Rechnung begleicht, zwei, drei, vier, fünf Wochen später, haben wir die Einzahlung der Buchungssatzes per Bank an Forderung. Das ist im Grunde alles, was man zu dieser Abgrenzung wissen muss, außer vielleicht, dass der Unterschied, den ich hier aufgezeigt habe, zwischen dem ersten Buchungssatz und dem zweiten Buchungssatz ziemlich wichtig sein kann, wenn genau zwischen dem ersten Buchungssatz und dem zweiten Buchungssatz der Jahresabschluss fällt, also der Bilanzstichtag fällt. Aber das erkläre ich vielleicht in einer weiteren Mindmap. Um nochmal deutlich zu machen, dass das Ganze eine Betrachtung ist von Werte zuwächsen und Werte verzehren und nicht in erster Linie von Geldzuflüssen. Wir betrachten die Erträge nicht so sehr die Einzahlungen im Jahresabschluss. Ja, aber dazu mache ich, denke ich mal, noch eine eigene Mindmap. Ja, ich lege mal hier schon mal an, Bedeutung des Unterschiedes. Bedeutung des Unterschiedes, legen wir das hier schon mal an. Na, hier haben wir Unterschied, hier haben wir Bedeutung des Unterschiedes und dann werde ich hier noch eine eigene Mindmap machen. Bis denn, alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.